Ich bin drauf. Zum Glück ist noch alles da. Äh. Ich hab keinen Plan wo ich bin. Warte. Hallo hallo. Ja ich hör dich. Du stehst da. Du bist nackt. Hä? Du bist bei mir komplett nackt. Hast du noch deine Sachen? Ja ja, ist alles noch da. WTF, Alter. Jetzt. Jetzt hast du ganz plötzlich. Du bist angezogen. Wir hatten doch rechts noch eine Insel vor uns.